Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieso ist die Quest jetzt hier? War das nicht da? Egal. Äh, wir gehen heute da hin und ich hab grad festgestellt, wir hatten zwar die M97 gekauft, oder was das auch immer war, aber wir haben es noch nicht eingesetzt zum Bauen. Das ist jetzt erstmal, wenn wir eine Werkbank sehen, gucken wir mal, was das für eine Waffe überhaupt ist. Denn ich wusste es nicht, deswegen hab ich sie auch gekauft. Und es ist nicht schlecht, wenn man später alles erstellen kann. Scheiße. Ich muss mal ein Stück laufen, bis das Brandbestie ist kacke. Und ich hab natürlich keine Waffe ausgerüstet. So ist das Kampfgewehr fast kaputt. Ich hab's nicht repariert, oder? Ach, du ahnst es. Ja. Äh. Weg mit euch. Oh Gott, er ist gelandet. Höhere Stufe, nice. Einfach mal mit reinballern. So, die Todeskalle, die Todeskalle sag ich schon. Die Radde da hinten hat jetzt ihren Spaß. Ach Gott. Äh, von der anderen Seite auch noch geschossen. Oh mein Gott. Ich, ich muss sagen, das war ein schlechter Plan, hierher zu gehen. Brandbestie, lass mich doch in Ruhe. Ich hab niemandem etwas getan. Ich will doch verspielen. Du wirst mich jetzt nicht über das ganze Spiel verfolgen, oder? Ich habe vergessen, dass du hier wohnst. Ich hab auch keine Lust, da Munition reinzujagen jetzt. Deswegen hau ich jetzt einfach nur ab. In der Hoffnung, dass du mich in Ruhe lässt. Jetzt verzieh dich doch mal, Junge. Geht doch. Ich hasse diesen Stress dabei. Von einer nervigen Sache zur nächsten, ey. Was ringt die jetzt hier für ein Gegnerraum? Ach, das ist bestimmt die... Bestie. Na gut, wir müssen aber da einlang. Wir sind jetzt quasi einmal rumgelaufen. Die Musik ist in Ordnung. Ja, verzieh dich. Ja. Ich muss mal ein bisschen leiser machen von meinen Ohren. Das war gerade pure Stress. Ach, hier war ich doch schon mal. Gefahr, immer noch. Ich war doch schon mal hier. Da lief gerade irgendwie eine Zecke lang, oder so. Oh, du bist ja in der Stufe 10. Ach so. Ja. Definitiv war das eine Zecke. Okay. Wir haben aber ein Level abbekommen. Was haben wir denn hier so Schönes? Da, das hatte der Kollege. Jeder Beweglichkeitspunkt fügt 1 Schadens- und Energieresistenz maximal 15 hinzu. Keine Powerrüstung. Du erleidest 40% weniger Schaden durch Sturz. Deine automatischen Pistolen. Deine Geschwindigkeit beim Sprinten. Deine nicht automatischen Pistolen. Wir gehen mal ein bisschen auf Schleichen. Du kannst Rüstung und Powerrüstung bis auf 130% des normalen Maximums reparieren. Ach so. Na gut, jetzt bin ich schwerer zu entdecken. Das ist perfekt. Umso schwerer, umso besser. Spürt ihr diese Ruhe und diese Gelassenheit jetzt? Himmlisch. Einfach himmlisch. Wieso schleiche ich jetzt einfach? Ich weiß es nicht. Ich habe mich gerade so gefreut, dass es ruhig war. Dass ich alles um mich herum vergessen habe. So. Hier rücken piepen. Hier dürften also Gegner sein. Du bist ja ver... Du bist ja bis halb tot. Okay. Ja, ich bin schwerer zu entdecken. Und schon hat mich jemand entdeckt. Und das die ich... Auch wenn wir dafür jetzt kein Schalldämpfer haben. Das passiert. Kommen sie halt alle auf mich zu, wenn ich schieße. Das ist hier die Frage. Ich habe die Schritte eindeutig unter mir gehört. Das gucken wir uns gleich an. Ich muss diese Kippiepe loswerden. Sonst wird das grausam. Ich glaube, da ist jemand in der Falle getreten. Hä? Wieso wird hier jetzt geschossen? Was geht mit euch ab? Ach so. Hallo. Jesus Christus. Jetzt weiß ich. Jetzt ergibt das alles Sinn. Er hört nicht auf zu piepen, ne? Ich hatte die Hoffnung, dass er aufhört. Hm. Ja gut. Hören wir uns das Ganze mitgepiepern. Wir haben hier noch das Terminal. Was haben wir hier noch? Mentates. Ich will den Scheiß ehrlich gesagt nicht mehr mitnehmen. Ich benutze das eh nicht. Ah ja, mit diesen Piepen ist das Knacken gleich viel angenehmer, muss ich sagen. Also ich fühle mich hier tiefenentspannt. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Jetzt habe ich die ganze Scheiß bestimmt resettet. Na cool. Das haben wir jetzt geschafft, ne? Begrüßungsnachricht für neue Gäste. Willkommen zu Ihrem entspannten Skiurlaub bei den Sunnytop Pisten. Lassen Sie sich vom rustikalen Charme unserer historischen Hütte verzaubern und carven Sie über die aufregendsten Hänge von ganz Appalachia. Carven? Was zur Hölle ist carven? Ich habe mein Handy nicht hier. Unsere Lüfte sind von 9 bis 16 Uhr für Sie geöffnet. Sie können daher schon früh in den Tag starten und Ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Unsere Pisten bieten Spaß für die ganze familiären Einschwierigkeitsgraden von grüner Kreis bis schwarzer Diamant. Sind Sie auf der Suche nach besonderem Nervenkitzel, dann informieren Sie sich über mögliche Abfahrten abseits der Piste. Achtung auf eigene Gefahr. Wir bieten jeden zweiten Montag... Ah, das interessiert doch sowieso hier keine Sau. Es interessiert nicht. Checkout-Verfahren. Äh, sehr geehrter Gast, bitte folgen Sie diesem simplen Verfahren, bevor Sie Ihre luxuriöse Suite der Sunnytop Pisten verlassen. Aha, aha, aha. Okay, nö. Safe-Steuerung. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir hier brauchen. Habe ich jetzt aufgemacht? Ja. So. Hier spricht Margie mit Clintock von den Knallharten. Ha, was für ein Witz. Wir hatten uns vorgemacht, dass unsere Opfer einen derartigen Namen fürchten würden. Aber mittlerweile sind alle da draußen so verzweifelt wie wir. Wenn jede Konfrontation zwischen Leben und Tod entscheiden kann, gehen die Leute Risiken ein. Sie wehren sich. Also müssen wir unschuldige Leute töten. Aber ohne mich. Mir egal, was aus dieser Welt geworden ist. Sie zieht mich nicht mit in den Abgrund. Die ganze Idee hinter den Raidern ist krank. Unmenschlich. Ich zerstöre dieses blöde Schlüsselteil. Diese Mistkerle verdienen ihre Schätze nicht, solange sie nicht wieder vernünftig werden und mit diesen ganzen mörderischen Machtspielchen aufhören. Falls das jemals geschieht, weiß Vincent, was zu tun ist. Vielleicht wird er mehr Erfolg haben als ich. Was mich angeht, ich verschwinde. Ich suche mir ein paar Kämpfe und Tritte ab. Redlich. Ohne Schmerzen. Das war's. Okay, ich hab jetzt übrigens... Oh, die redet immer noch. Ich weiß jetzt nicht, wo das safe gewesen sein soll. Aber wir haben Zimmerschlüssel Nummer 6. Und sie hat den Schlüssel anscheinend zerstört. Falls. Wenn wir jetzt Zimmer 6 finden, können wir da wenigstens rein. Und ich muss sagen, die Kampfschrotflinte ist zwar ganz in Ordnung, aber wir müssen verdammt nah ran, um Schaden zu machen. Aber die Pump kann irgendwie ein bisschen besser. Okay, wir sollen da irgendwie hin. Hi. Oh, du hast ein hohes Level. Ah, ich wollte gerade kritischen machen. Wo ist das Radio? Oh, du hast das Video. Okay. Den Scheiß nehme ich gar nicht erst mit. Ich werde jetzt nicht mehr alles mitnehmen. Das ist mir zu viel. Ja klar, Raketenwerferfalle. Wieso nicht? Und man kann hier einfach durchs Fenster steigen. Ich mein ja nur. Was ist denn nun passiert? Achso, da stand einer. Ups. Ja gut, was haben wir hier so schönes? 10mm-Pistole, Schropppatronen. Zimmer 6 ist jetzt nicht so aufregend. Ja gut, hier war eine Truhe und alles, ja. Den Safe habe ich trotzdem nicht gefunden. So, sieh auf Vincents Terminal nach. Ich will aber vorher noch mal kurz hier zurückgehen, weil wir hier dieses nette Ding haben. Hier ist Mac. Ich muss das sagen, bevor es zu spät ist. Ich glaube, die alte Margie tickt nicht mehr richtig. Wir geben alle unser Bestes. Aber ein Raider zu sein, ohne zu töten, ist um einiges schwerer, als es klingt. Klar, ich kapiere, worum es bei der Sache geht. Aber da draußen heißt es, frisst oder stirbt. Einige von den Leuten wollen nur überleben. So wie alle, seit die Bomben gefallen sind. Ich will sie nicht töten, nur weil sie ihren Kram nicht rausrücken. Aber wir alle haben Hunger. Früher hat sie der Lauf einer Waffe noch eingeschüchtert. Doch mittlerweile haben wir nichts mehr zu verlieren. Also setzen sie sich jetzt zur Wehr. Ich sage Margie immer wieder, dass wir da draußen Leute verlieren, weil wir nicht zuerst schießen sollen. Und es wird nicht leichter. Sie weiß es noch nicht. Aber einige von uns halten sich nicht mehr dran, weil sie unsere Haut retten wollen. Margie wäre angepisst deswegen. Aber sie riskiert auch nicht ihren Hals da draußen. Also soll sie die Schnauze halten. Sie ist nur noch an der Macht, weil sie einen Teil des Schlüssels zum Beuteversteck hat. Und ein paar Leute noch zu ihr halten. Und ganz ehrlich, es ist besser, als sich mit den anderen Banden zu verbünden. Unsere Abmachung mit dem Palast ist auch nicht verkehrt. Alles in allem haben wir es gar nicht so schlecht. Was soll's. Es bleibt uns wohl nichts anderes, als es zu versuchen, oder? Ah, da. Das hab ich gesucht. Äh, ich muss mal kurz rausgehen. Ich muss sagen, ich vermisse meine alte Pumpkan ein bisschen. Auch wenn die auch nicht wirklich viel Schaden gemacht hat, wenn ich mal überlege. So, haben wir dann endlich alles so jetzt weggeworfen, was wir weggeworfen wollten? Ich glaub schon. Ähm. Federung. Eieiei, ich hab ja keine Federung zum Reparieren. Stimmt ja. Da war ja was. Was wollte ich jetzt hier machen? Äh. Herstellen. So, wir können ein Jagdgewehr herstellen. Stufe 1. 10mm Maschinenpistole. Und ein Kampfgewehr. Was war jetzt diese M? Irgendwas. Da. Ein Granatwerfer. Ah, okay. Okay, ja, hm. Oh, gut. Kann man vielleicht mal irgendwann ausprobieren, wenn wir eine finden. Aber bauen werde ich jetzt keine dafür extra. So, vielleicht finden wir hier noch ein paar Klemmbretter zum Reparieren unserer schönen Waffe. Wobei wir sowieso nicht mehr viel Munition dafür haben. So, und dann probieren wir halt. Nr. Unser Leser-Scharfschützengewehr aus. Das auch nicht wirklich viel Schaden macht, höchstwahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Hallo, Retorate. Terminal von Vincent. Posteingang. Admin-Passwort. Margie hat sich in letzter Zeit etwas seltsam benommen. Also sag ich dir das hier, mein Lieber. Bevor sie etwas Dummes tut, erinnerst du dich an das Schlüsselteil, das drüben beim Palast auf der Hulowand-Duplikationsmaschine verstaut war? Ich hab gehört, wie Margie den Bibliothekar aufgetragen hat, das Admin-Passwort zu ändern, damit wir keinen Zugriff mehr drauf haben. Sie hat dich angelogen. Sie hat dich angelogen, Vince. Jedenfalls bin ich dem Bibliothekar gefolgt und habe gesehen, wo er wohl das neue Passwort aufbewahrt. Ich hab ihn dabei beobachtet, wie er einen Zettel in ein Geheimfach in der Kommode in seinem Zimmer versteckte. Aber lass Margie nicht wissen, dass du davon weißt. Sonst ärgert sie es wieder. Andere Banden. Äh, wir können jetzt das Passwort klar holen, aber wir gucken erstmal noch ein bisschen hier rum, ne? Das war wohl nichts. Ich hab versucht, die anderen Bandenführer davon zu überzeugen, dass wir Backups von allen Schlüsselteilen machen sollten. Wäre vielleicht besser gewesen. Äh, das sind schließlich nur Holobänder. Früher oder später wird jemand seines kaputt machen oder verlieren und dann war's das für uns alle. Die Maschine drüben beim Palast ist der perfekte Ausweg. Die Leute da sind völlig neutral. Die meisten von denen haben weltlichen Besitz komplett abgeschworen. Aber natürlich vertrauen mir die anderen Banden nicht. Die glauben, wir würden alle Teile zusammenfügen und uns still und heimlich mit der Beute davon machen. Dieses Misstrauen wird uns noch alle umbringen. Aber ist klar, du kannst ja jederzeit dann ne Kopie machen. Du kannst sagen, hey, geh doch mal schlafen, ich pass auf dich auf. Dann klaust du ihm sein Ding, machst ne Kopie da vorne und freust dich in den Keks. Vertraulich. Außer dir habe ich das noch niemandem gesagt. Aber ich habe dem Bibliothekar vom Palast gebeten, das Admin-Passwort für die Maschine zu ändern. Jetzt weiß nur er, wie es lautet. Es ist zu ihrem Schutz, falls uns etwas zustoßen sollte. Ich will nicht, dass die anderen Banden sie um ihrer Shems Willen auslöschen. Nach den neuesten Ergebnissen sind alle mies drauf und verzweifeln so langsam. Die Leute vom Palast sind gute Menschen und sie brauchen ein Druckmittel, um sie abzusichern. Falls du das Passwort je ebler brauchst, werden sie nur mit dir verhandeln. Ich vertraue dir. Ist das jetzt von Margie gewesen? Ja. Er hat sich ihm doch anvertraut. Der Palast. Margie hat mich gebeten, dir einen Bericht über den Vorfall am Palast zu schicken. Keiner von uns war vor Ort, als es passierte. Aber als wir gestern zum Palast zurückkehrten, waren alle weg. Einfach nur weg. Als ob sie alles stehen und liegen gelassen hätten und einfach abgehauen wären. Es sah nicht nach einem Angriff aus. Und es wurde nichts geplündert. Keiner hat irgendwas mitgenommen. Verdammt unheimlich, Mann. Verschwinden. Ich werde immer wieder gefragt, aber ich habe keine Ahnung, was im Palast passiert ist. Jack sagt, sie seien einfach verschwunden. Erst dachte ich, die Gourmets hätten sie erwischt. Denn die haben schon immer nach ihnen gelächzt. Seit sie komplett auf Kannibalismus umgestiegen sind. Aber die hatten angeblich in letzter Zeit ihre eigenen Probleme. Ich glaube also nicht, dass sie es waren. Und überhaupt, hast du gesehen, was die mit Bolton Greens angestellt haben? Wären die Gourmets im Palast gewesen, hätten sie eine größere Schweinerei hinterlassen. Ich glaube auch, dass die Gourmets hinter diesem legendären Vieh stecken. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ihr wisst schon hier, den wir auch schon gesehen haben. Ihr wisst, was ich meine. Weg. Hey, was ist mit dem Palast los? Ich habe gehört, die Spinner sind einfach spurlos verschwunden oder so. Meinst du, sie haben endlich tatsächlich alles Irdische hinter sich gelassen oder irgend so etwas Bescheiertes? Ist das überhaupt möglich? Wir können Leute einfach verschwinden. Mann oh Mann, was für eine schräge Sache. Margie. Hey Margie. Ist viel länger weg als gewöhnlich. Ein paar Wochen schon. Ich weiß, sie will nicht, dass wir uns sorgen, aber wir haben vor einiger Zeit die Blackwater-Banditen aus den Augen verloren, denn die Fallensteller. Und dann war die Sache mit dem Palast des verschlungenen Pfades. Nun, ich fürchte langsam, dass wir als nächstes dran sind. Einige von uns haben darüber geredet, hier wegzuziehen und Apalacia zu verlassen. Wir könnten Richtung Küste gehen oder nach Norden. Sag Bescheid, wenn du mitkommen willst. Wichtige Notizen. Gesendet. Ah, wie hießen die nochmal? Ah, ich weiß es nicht mehr. Mir wird es einfallen. Die nächsten Tage irgendwann. Wir müssen langsam kochen. Mir wurde gesagt, ey, Zero, geh doch einfach jagen, damit du Essen hast. Aber das Essen verschimmelt doch. Was willst du denn da jagen? Boah, kein Kühlschrank oder so. Außerdem dauert es auch viel zu lange, wenn ich ganz ehrlich bin. Guck da, alles vergammelt. Könnte ich Dinger draus machen, ist mir aber scheißegal. Oh mein Gott. Leute, das hier ist eine Stufe 8-Ratte. Stufe 8. Was meint ihr, wie viel Schaden ich gemacht habe? Nichts. Ich hab nicht mal mehr Munition. Habe ich die Fusionszellen nicht mitgenommen? Wo habe ich sie jetzt alle verballert? Mit diesen paar Schuss. Hä? Ohne Ratte, die all meine Munition frisst. Also, ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Meine Munition ist einfach leer. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Wir haben einiges von dem Zeug. Na gut. Ich denke, jetzt geht es zum Palast, oder? Riss-Standort? Was zur Hölle ist ein Riss? Was zur Hölle ist ein Riss? Hä? Äh, die Brandbestie ist hier, ne? Er siehst mich nicht. Ich glaube, er sieht mich sehr wohl. Ich will nur wissen, was das mit diesem scheiß Riss auf sich hat. Und so beginnt das Ganze von vorne. Jedes Mal mache ich wenigstens ein bisschen Schaden. Ich will nur wissen, was das mit dem Riss auf sich hat. Dann bin ich schon wieder weg. Was zur Hölle ist hier passiert? Welchen Schaden mache ich an die mittlerweile? Au, au! Also, ich könnte ihn töten, aber dann habe ich keine Munition mehr. Deswegen gehen wir einfach weg. Ist ja lustig, dass hier so ein Riss ist. Also, nicht so ein Riss. Hier ist ein Riss. Ob das die Brutmutter war, von der mir schon berichtet wurde. Ich glaube schon. Ich wollte nur gucken. Wirklich. Jetzt habe ich aber kaum Munition. Ich habe nicht genug Munition, um hier mit dir anzulegen, Mädel. Gehen wir Richtung Quest. Achso, da oben. Hm, okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weißt du was? Ich verstecke mich hier in einem Haus. Irgendwo kann man sich hier bestimmt gut verstecken. Okay. Da ist ein Haus. Bitte sei freundlich. Oh. Du machst das schon, Kleiner, ne? Okay. Dann steigen wir aus. Oh, irgendjemand ist hier gelandet. Oh, ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Rügt er sich jetzt mit der Todeskalle? Ja. Tatsächlich. Und kommen die wieder. Ich glaube, er kommt wieder. Ich habe doch keine Resistenz, Mann. Der Typ hat Radioaktivität. Bleibt er jetzt weg? Bin ich jetzt in Sicherheit? Was habe ich hier eigentlich? Täglich sammle, äh, der große Kürbissammler. Sammle Kürbisse. Okay. Ein großes Problem hier ist noch, hier ist irgendwo eine Todeskalle. Also wirklich sicher fühle ich mich jetzt hier nicht. Man scheint sich noch mit der Todeskalle zu prügeln, ne? Der wird nicht damit rechnen, dass ich das Gebäude wechsle. Na gut, viele habe ich eh nicht hier. Hier ist ein Stufe 1 Schloss. Oh, immerhin ein bisschen Zeug. Lange Zigaretten brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe gleich durch. Ich laufe hier gleich amok, Leute. So viele Kürbisse zu schnitzen. So wenig Zeit. So, sammle Kürbisse. Einen Kürbis haben wir hier schon entdeckt, ne? Das ist ein Plastikkürbis. Was für Kürbisse soll ich denn sammeln? Achso, ist ein bisschen weiter weg. Klar. Ist mir doch egal. Ich mache deine scheiß tägliche Quest nicht. Das kannst du selber machen. Geh doch nicht da hinten zum Brandbestier, zum Riss. Wie dumm hältst du mich eigentlich? Was ist mit der Todeskalle passiert? Da hinten läuft sie. Ohne weitere Kürbisse kann sich das hier nicht das Haus... Komm, ich will mich wenigstens einmal mächtig fühlen. Und zumindest die Todeskalle töten. Läuft sie jetzt in meine Richtung oder läuft sie von mir weg? Ich habe keine Rüstung dort. Aber das ist genau der Sinn und Zweck des Ganzen, ne? Komme ich hier rein? Ich komme hier rein, okay. Wo ist die Todeskalle hin? Ach, verbrannt. Habe ich Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Hm, 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 hm. Okay. Ich fühle mich leicht bedroht. Ich weiß nicht, wo die Todeskalle ist. Ich habe auch irgendwie seltsamerweise keinen Schaden. Das war ein Headshot. Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Ich kriege auch noch dein Fett weg, mein Freund. Eines Tages one-shotte ich auch dich. Aber gut. Wir haben zumindest eine Todeskalle umgebracht. Immerhin ein leichter Erfolg. War doch nicht der Beste. Weil ich mich wie so ein Feigling irgendwo in der Ecke hingen und ihn abgeschossen habe. Ja gut. Ich würde sagen, das war es für heute, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ähm, bei der Quest da hinten, würde ich sagen, ne? Da. Wo Redcliffe auch ist, hier. Da geht's hin. Jetzt haben wir Kürbis. Ich habe doch eine in der Waffe, Alter. Das heißt doch gleich, lass dich umbringen. Als Quest. Das wäre so nur noch die leichteste Quest, glaube ich. Aber ich würde ihn... ...am liebsten töten wollen, ne? Aber es geht schlicht und weg nicht. Habe ich ihn getroffen? Gleich Bonus? Nice. Jämmerlicher Schaden. Gut. Ciao. 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 Vielen Dank.